Wie schaffe ich Raum in meinem Leben für Meditation? Platz im Leben für Meditation zu schaffen gelingt am besten, wenn du die nachfolgenden Tipps anwendest. Versuche, eine Routine zu etablieren. Damit kannst du bereits beginnen, bevor du überhaupt regelmäßig meditierst, indem du regelmäßig kleine Aktionen durchführst. Sei dies, jeden Tag eine Kerze anzuzünden oder beim ersten Kaffee bewusst fünfmal ein- und auszuatmen. Kurze, regelmäßige Sitzungen erleichtern es dir, die Meditation in deinen Alltag zu integrieren. Versuche nicht direkt 30 Minuten zu meditieren. Das ist so, als wenn du untrainiert einen hohen Berg besteigen willst. Du kannst damit beginnen, nur drei Minuten zu meditieren, dies jedoch jeden Tag. Zum Beispiel immer nach dem Aufstehen, in einer Pause, vor oder nach dem Abendessen oder vor dem Schlafen gehen. Wenn du diese Routine fest etabliert hast, kannst du ganz nach deinem Ermessen allmählich deine Meditation immer länger werden lassen. Du kannst auch mehrere Minuten meditieren, eine Pause machen und wieder meditieren. Das kannst du so lange machen, wie es dir angenehm ist. Ein weiterer Trick sind Erinnerungshilfen. Du kannst zum Beispiel einen Zettel oder ein Bild an den Spiegel im Bad heften, der dich daran erinnert, dass du noch meditieren möchtest. Oder suche dir eine App für dein Telefon, die dir Benachrichtigungen sendet. Wenn du eine gewisse Verbindlichkeit in deine Routine einbringen willst, kannst du dir für die Meditation Termine festsetzen. Trage in deiner Agenda die Zeitfenster ein, welche du dir zum Meditieren freihalten willst. Dies sollte dir helfen, Zeit zu finden und das Meditieren zur Gewohnheit zu machen. Es kann eine große Unterstützung sein, sich neben dem zeitlichen Raum im Leben auch einen Ort zu schaffen, sei dies eine Ecke oder ein Raum, der für die Meditation reserviert ist. Wähle einen Ort, wo du meditierst, und richte ihn so ein, dass er für dich inspirierend ist. Dies kann einfach ein Bild an der Wand, eine eingerichtete Ecke in einem Raum oder ein prunkvoller Meditationsraum sein. So kannst du meditieren zu einem Teil deines Lebens machen.